weiter geht's mit der nächsten aufgabe bildende kunst für warzenschweine lass dich von rapunzel bei der organisation eines töpferkurses beraten ein warzenschwein und ein töpferkurs wo ist denn die? genau auf der anderen seite gefunden also du brauchst auf jeden fall töpfer scheiben gut ich soll sie herstellen naja das ist klingt ja jetzt nicht so schwer wahrscheinlich lehm den findet nur er teile zum basteln ist es dann unter möbel genau so unter möbel genau man braucht lehm die teile zum basteln waren ja jetzt hier aus metall das hartholz ja das findet man eigentlich auch fast überall den lehm wenn man buddelt wenn man gräbt und das kraut ich glaube lichtung des vertrauens der kriegt die töpferscheiben wir werden alles am königsfelsen vorbereiten klar ich lade sie ein natürlich könntest du auch mit timon reden ja der kommt doch auch die zwei sind da oben und der ist da dann gehe ich erst zu dem timon was gibt's ähm genau machst du Witze? oh er macht nicht mit ok na gut wir sehen uns später wir sehen uns später Simba für Bumba tue ich alles danke und Nala war doch auch hier oben da klar die macht auch mit am königsfelsen das ist hier ich nehme mal an einfach nur den tisch dazu platzieren ähm ja oder auch nicht ach betritt den königsfelsen u das ist ja 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 wir sehen uns jetzt muss mit allen sprechen kreativ zu sein ist schwierig mach es einfach okay ich versuch mal hier ist doch gar nicht mal so schlecht gut aus was ist denn das du bist ein genie okay vielleicht ein werkzeug es ist im prinzip dasselbe was nala gemacht hat bleibt noch pumba okay jetzt weiß es eine schale das ist ein meisterwerk eine kunstausstellung ich werde sehr schick dekorieren ja geht zu herren dac den muss ich doch bestimmt wieder was abkaufen 100 pro will der wieder geld wo ist der da da ist er nein nicht hinsetzen ich brauche ein paar sachen für eine kunstausstellung nun du hast glück zufälligerweise brauche ich gerade material edelsteine und blumen will ich sammle was du für den tausch brauchst das ist ja gar nicht viel das ist okay so da ich glaube dass ich das schon alles habe ich glaube das sumpfkraut ist wieder aber man kann es nachgucken hier sammeln und dann könnte man hier alles wo man genau was findet steht unten ich glaube hier gerade das sumpfkraut das ist hier wo ist es genau lichtung des vertrauens immer sumpfkraut oder so das ist immer lichtung des vertrauens die smaragdek findet man auch hier bei edelsteine und kann die dann hier raussuchen das steht auch wieder unten genau wo was ist wo man was findet und dann hole ich mir das nämlich jetzt einfach aus meinen kisten die blumen und die edelsteine die habe ich da genau wo sind wir wieder hier geblieben ich frage mich ob sie sagen ein schönen tag noch wo 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 da wo 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 für die da oben, der kommt auf mich zu, das ist ja sehr gut hey, hier geblieben könntest du die Topferwaren auf die Säulen stellen ist egal, wo ich das aufstelle ja, ich nehme mal an schon ja also setze ich die eins, zwei drei, vier und dann setze ich den da drauf ja, Mann da drauf hier und da so deine Zukunft liegt in der Kunst meinst du wirklich natürlich das war's ja, das war jetzt naja, gut ich hoffe, die nächste Aufgabe, die wird besser das war's dann auch hier mit dem Video bis zum nächsten Mal das war's dann